Herzlich Willkommen an alle Pokémon GO Freunde und Interessierte und Willkommen zu Part 15 unseres Let's Play Pokémon GO. Und wenn ihr das Video seht, hat die neue Season Duel Destiny oder duales Schicksal zu Deutsch im Pokémon GO begonnen. Und heute seht ihr unsere ersten Catches, welche neuen Pokémon es natürlich jetzt gibt, welche neuen Weight-Bosse es gibt, welche neuen Diner-Bosse es gibt. Das geht auf jeden Fall richtig ab. Wir werden natürlich die ersten Kämpfe gegen die Diner-Bosse als auch die neuen Weight-Bosse sehen, die wir heute gemacht haben. Manche haben wir geschafft, manche nicht. Das werdet ihr natürlich sehen. Ihr seht natürlich im Hintergrund natürlich auch schon, wir haben wieder eine Glücks-Eye-Entwicklungs-Session gemacht. Und deswegen seht ihr auch schon, dass wir jetzt Level 31 sind, 468.000, das heißt kurz vor Level 32 inzwischen sind. Vor allem durch die Glücks-Eye-Entwicklungen natürlich Hardcore geil, dadurch auch neue Dynamax-Pokémon, vor allem Chimpe, Poplo und Co. die ganzen Starter hochgepusht. Was natürlich nice ist für die Dynamax-Kämpfe, vor allem durch die neuen Dynamax-Bosse, die dann natürlich auf uns warten. Und wie gesagt, durch Glücks-Eye-Entwicklungs-Session kann man extrem viel EP machen, wie ich es auch schon in einem der vorigen Teile gemacht habe, den ich hier nochmal verlinke. Aber wenn ihr ansonsten noch EP-Boost haben wollt, dann rate ich euch hier einfach diesen QR-Code zu scannen, beziehungsweise die Zahlenkombination bei euch einzugeben. Dann bekomme ich eine Freundschaftsanfrage, ich werde die dann annehmen und dann können wir uns Geschenke hin und her schicken und dadurch extrem gut EP mit der Zeit aufbauen. Was euch auf jeden Fall hilft, deutlich schneller in den Leveln aufzusteigen. Und falls ihr neu in Pokémon Go seid oder drei Monate inaktiv wart, könnt ihr auch gerne diesen Empfehlungscode am Anfang eingeben. Dann bekommt ihr direkt zu Beginn deutlich bessere Rewards zusätzlich, die euch natürlich den Start in Pokémon Go erleichtern. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, lasst natürlich gerne ein Abo bei YouTube da, lasst ein Like da und teilt natürlich gerne das Video mit anderen Pokémon Go-Freunden von euch, damit die dazukommen können, vor allem zur neuen Season. Und schreibt doch gerne nochmal in die Kommentare, ob ihr Fernwade-Pässe habt, beziehungsweise gekauft habt, so dass ich euch dann eventuell zu Wades einladen kann. Und schreibt doch, zu welcher Zeit ihr dann online seid, weil ich das dann eventuell vor allem bei 4 und 5 Sterne Wades mal austesten will. Und dann gehen wir jetzt natürlich erstmal schön in unsere Pokémon-Sammlung rein. Und wir starten natürlich mit unseren ganzen Entwicklungen, die wir natürlich durchgeführt haben. Ihr werdet sie nebenbei schon gesehen haben, aber wir gehen jetzt nochmal genauer drauf ein. Wir haben hier ein weiteres Flamara 3 Sterne mit Feuerwirbel-Flammenwurf. Ist an sich solide. Ich kann nochmal kurz die IV einblenden. 11, 14, 12. Das haben wir aus der Feldforschung nach der eigentlichen Entwicklungssession bekommen. Und direkt nochmal entwickelt, da das Glücksei noch 5 Minuten oder sowas offen war. Und dann haben wir ein weiteres Flamara erhalten. Ebenfalls entwickelt ein deutlich stärkeres, gleiches Attacken-Set. Können wir aber auf jeden Fall als Feuerangreifer natürlich extrem gut nutzen. Dann haben wir in der Wildnis ein Shiny-Shinux gefangen. Wie gesagt, die IV sind nicht so geil. Mit 10, 13, 3. Aber ich dachte, wir hauen einfach hier mal das Shiny-Shinux, wenn wir schon gefunden haben, rein. Ich finde es sogar extrem geil, ehrlich gesagt, vom Design her. Wenn es so Gold-Gelb ist, da es ja auch ein Elektro-Pokémon ist, fand ich es an sich eigentlich eine geile Shiny-Variante von Shinux. Dann haben wir dieses Macholo 3 Sterne in der Wildnis gefangen. Mit 14, 10, 14 IV. Was auf jeden Fall stabil ist. Dann haben wir Parfi aus den Feldforschungsbelohnungen bekommen. Hier ein 3 Sterne mit 13, 14, 14 IV. Dann haben wir heute ein Adenbogen-Wide gemacht, den ihr wahrscheinlich nebenbei schon seht. Den haben wir hinbekommen, aber ich glaube, am Ende waren auch nur noch 10 Sekunden oder so übrig. Also war es auf jeden Fall knapp. Wie gesagt, Gegenstoß als Unlichtattacke, als Ladeattacke jetzt nicht so das Geilste. Eventuell werde ich es noch auf Flug ändern, aber ich glaube, da gibt es andere bessere Flug-Pokémon, die man dann nutzen kann. Beziehungsweise vielleicht machen wir natürlich in den nächsten Tagen weiteren Adenbogen-Wide und kriegen ein besseres. Werden wir auf jeden Fall sehen. Dann haben wir hier Friedwurfen-Entwicklung durchgeführt mit Schlecker und Spuk-Ball. Als Attacken mit 10, 13, 15 IV. Wie gesagt, Gruff-Bonbons. Wir haben heute extrem viel Gruff gefangen, dass wir, wie gesagt, schon über 125 Bonbons da zusammen hatten. Und deswegen das direkt auch mehrfach entwickelt haben. Dann haben wir unser erstes Starter-Pokémon, was ja auch neu in dieser Season in der Wildnis zu fangen ist. Schelast bekommen. Sogar ein 3 Sterne Schelast in der Wildnis mit 15 Angriff, 13 und 8. KP ist okay. Brauchen wir natürlich auf jeden Fall noch viele von den Starter-Pokémon. Das war aber auch das einzigste Starter-Pokémon, was wir heute in der Wildnis gefangen haben. Weil da gibt es ja noch die anderen Feuer- und Wasser-Varianten natürlich davon. Dann haben wir hier dieses Relaxo ebenfalls aus der Wildnis mit 15, 13, 14 IV. Bekommen mit 1373 WP. Mit Psycho- und Stahlattacke. Auf jeden Fall interessant, finde ich. Das werde ich wahrscheinlich nutzen, um es mal in eine Arena reinzuhauen. Arena haben wir heute auch noch eingenommen. Werdet ihr natürlich auch im Hintergrund direkt sehen. Dann, wie gesagt, ein weiteres Friebwurf entwickelt mit Schlecker und Schaufler. Bodenattacke finde ich eigentlich interessant. Bin mir gar nicht sicher, ob es eventuell sogar auch eine Boden-Sofort-Attacke kann. Weil ich sag mal so, so ein Geist-Pokémon, der mit Bodenattacken, könnte auf jeden Fall vielleicht interessant sein. Hier seht ihr nochmal die EV mit 14, 15, 11. Dann ebenfalls ein weiteres Parfi aus der Feldforschung erhalten. Da sind ja meistens eh drei Sterne Pokémon drin in der Feldforschung. Ähnlich wie bei Eiern und bei Weights. Wobei bei Weights habe ich das Gefühl, dass in letzter Zeit mehr und mehr zwei Sterne Pokémon da rauskommen. Und nicht mehr unbedingt drei Sterne, was natürlich nicht so prägend ist. Auf jeden Fall hier 11, 15, 11 EV. Ein weiteres Macholo heute gefangen. Drei Sterne mit 12, 14, 14 EV. Und da wir auch Macholo-Dainer-Kampf jetzt haben, ist das natürlich nochmal eine deutlich bessere Möglichkeit, auch in Dainer-Macholos, was wir heute auch eins entwickelt haben zu Machu-Mai. Auf jeden Fall stabil. Denn ein starkes Kampf-Pokémon auch in der Dainer-Variante zu haben. Vor allem, um denn das Kan-Heal in der Dynamics-Variante zu erhalten. Was es ja zur Zeit auch gibt. Deswegen habe ich vor allem auch Machu-Mai Dynamics heute entwickelt. Weil wir ja heute den Tan-Heal-Dainer-Macholos-Kampf nicht geschafft haben. Aber versuchen wir natürlich die Tage, denn wahrscheinlich nochmal haben wir jetzt auch Machu-Mai. Und da ist es nämlich auch. Unser Machu-Mai Dynamics-Variante. Mit zwei Stahl-Attacken ist das natürlich jetzt nicht so das Prickende. Da werden wir eventuell noch das Attacken-Set ändern. Aber auf jeden Fall ein starkes Machu-Mai, was wir dann natürlich dort verwenden können. Außerdem dann Schmerbe haben wir gegen einen Rübel gewonnen. Gewonnen. Also und zwar ein richtig starkes und zwar ein Krypto-Schmerbe. Mit 15, 15, 14 IV. Ist natürlich auf jeden Fall nice. Werden wir dann wahrscheinlich auch weiterentwickeln, wenn wir genug Bonbons haben. So dass das auch eine interessante Wasser-Boden-Kombination werden kann. Dann ein weiteres Pumel natürlich heute bekommen. Wir haben ebenfalls ein Amarino aus der Feldforschung heute auch bekommen. Die ja auch in der Feldforschung vorhanden sind. Und wieder ein extrem starkes mit 15, 14, 14 IV. Das waren jetzt die gefangenen Pokémon, die ihr natürlich nebenbei auch noch seht. Und dann gehen wir natürlich die ganzen Entwicklungen nochmal durch, die wir jetzt fertig gemacht haben. Wir haben jetzt den zweiten Geowatz 3 Sterne. Mit 14, 13, 14 IV. Mit Boden und Gestein in Kombination. Werden wir noch schauen, welches Attacken-Set wir denn wirklich uns da zusammenbauen. Dann den Kugmada haben wir einfach nur, wie gesagt, entwickelt, da wir gerade die Bonbons hatten. Um halt den EP-Boost so groß wie möglich zu halten. Dann ein Bubungus zu Lamelux entwickelt. Mit Mondgewalt als Feen-Lader-Attacke kann es auf jeden Fall ziemlich gut abgehen. Müssen wir mal schauen. Dann unser erster Schwall-Boss. Mit Flügelstark und Sturzflug. Beides Luft-Attacken, gar nicht so verkehrt. Eventuell werden wir das ein bisschen hochpushen. Werden wir auf jeden Fall sehen, weil wir brauchen auf jeden Fall noch gute Flug-Pokémon. Dann haben wir ebenfalls einen Blitzer aus einer Entwicklung bekommen mit Donner-Schock und Donner-Blitz-Attacke. Dann haben wir mehrere Schlaraffel bzw. Raffel zu Schlaraffel entwickelt, die ihr hier seht. Dann haben wir noch einen Fun-Feed zu Donn-Fahren entwickelt. Jetzt von den Attacken her komplett im Müll. Noch nicht mal eine Boden-Attacke dabei. Ändern wir eventuell oder machen später irgendwann noch eine weitere Entwicklung. Dann haben wir ein weiteres Lusho-King entwickelt mit Aquaknarrer Psychokinese. Ich denke, ich werde hier wahrscheinlich die Sofort-Attacke auf eine Psycho-Attacke ändern. Beziehungsweise halt so weit ändern, bis es eine Psycho-Attacke ist. Weil wir reine Psycho-Pokémon mit Psycho-Attackenset nicht wirklich haben, aber gebrauchen können. Dann haben wir ebenfalls ein weiteres Kickli mit Fuß-Kick und Fuß-Tritt entwickelt. Vor allem die letzte Kampf-Attacke nicht so das geilste. Dann kommen wir jetzt zu unseren Startern. Memeion zu Inteleon. Nummer 1 in der Dynamax-Variante. 1687 WP mit Aquaknarrer und Aquawelle. Ist okay. Vor allem die Lade-Attacke kann man auf jeden Fall noch was dran schrauben. Aber ist auf jeden Fall natürlich als Wasser-Pokémon für Dynamax-Kämpfe nice. Dann Radikal, wie gesagt, nur für die EP. Dann haben wir einen Griffeldes aus Skalik entwickelt. Mit Standpauker Aeroas nicht so das geilste Attackenset. Aber kann man an sich ja ändern. Dann haben wir ein weiteres Razav entwickelt. Mit Fuß-Kick und Nachttieb. Jetzt nicht so prägend. Wenn, dann müssen wir es auch noch hochziehen. Dann haben wir hier unseren nächsten Starter zur Endentwicklung gemacht. Von Chimpep zu Gortrom. Mit 1872 WP. Hier werde ich auf jeden Fall noch die Sofort-Attacke ändern. Das ist auf jeden Fall auch eine Pflanzen-Attacke wird. Und Strauchler, glaube ich, ist nicht die beste Pflanzen-Attacke. Aber auf jeden Fall eine stabile Pflanzen-Attacke, die wir jetzt noch nicht unbedingt ändern werden. Hauptsache, dass wir zwei kleine Pflanzen-Attacken haben. Wie gesagt, noch ein weiteres Schlaraffel. Denn Seelam Brim haben wir entwickelt. Aus Brimova mit Psychoklinge und Zauberschein. Psycho-Fee-Kombination kann interessant sein. Dann haben wir ein weiteres Macho Mai entwickelt. Diesmal keine Dynamax-Variante. 2634 WP. Mit Konter- und Nachkampf eine extrem gute Kampf-Sache. Vor allem, um Arren einzunehmen. Weil in Arren oft normal Pokémon drin sind. Ist natürlich Kampf immer eine extrem geile Sache, um es einzunehmen. Wir werden wahrscheinlich oft den Nutzen, um Arren einzunehmen. Meistens nutzen wir ja zur Zeit Quappu mit zwei Kampf-Attacken. Dann haben wir ein weiteres Larmus entwickelt. Mit Konfusion-Siedewasser. Wie gesagt, werde ich wahrscheinlich bei den anderen Larmus- beziehungsweise Lasho-King, die wir schon haben, denke ich auf zwei Psycho-Attacken umändern. Dann haben wir ein weiteres Slime-Mock entwickelt. Einfach, weil wir die Bonbons noch hatten. Dann haben wir auch unseren ersten Hopplo zu Liberlo in der Dynamax-Variante gemacht. Mit Tackle-Fokus-Stoß. Nicht die geilsten Attacken. Ich will eigentlich ein reines Feuerset in Attacken haben. Wobei Fokus-Stoß als Kampf-Attacke vielleicht auch gar nicht so verkehrt sein kann. Müssen wir auf jeden Fall sehen. Vor allem sieht er auch eher aus so wie ein Kampf-Pokémon und nicht unbedingt wie ein Feuer-Pokémon. Auf jeden Fall generell alle Entwicklungen gefühlt von Memeon und Hopplo und Chimpep sehen irgendwie komisch aus. Dann haben wir unser erstes Galopper. Beziehungsweise zwei Galopper. Da kommt noch eins. Mit Feuerwirbel, Feuersturm. Auf jeden Fall nice. Wie gesagt, da haben wir Feuer-Pokémon eh noch brauchen. Dann haben wir ein weiteres Inteleon-Dynamax-Variante mit Aquacanaro-Surfer. Deutlich besser. Können wir eventuell noch ein bisschen hochpushen. Müssen wir denn sehen. Dann haben wir ein Schlappohr entwickelt. Also Hasbi-Rohr entwickelt zu Schlappohr mit Kampf- und Eisattacke. Ist okay. Wie gesagt, ein weiteres Lieber-Lore-Dynamax-Variante. Hier haben wir Feuerwirbel, Fokus-Stoß und wenigstens eine Feuerattacke. Was auf jeden Fall schon mal deutlich besser ist. Mit 1688 WP. Dann haben wir ein Felino-Galar-Variante zu Surloth entwickelt. Mit Giftstachel-Erdbeben. Eventuell auch als Sofortattacke. Eine Bodenattacke. Hinhauen. Dann kann es auch wieder ein guter Bodenangreifer werden. Und jetzt haben wir unser erstes Tour-Talk. Und zwar auch noch in der Dynamax-Variante. So mit Wasser. Dynamax sind wir jetzt gut aufgestellt. Wobei wir hier sagen müssen, dass wir keine Wasserattacken haben. Da werde ich auf jeden Fall durchgehen und da halt Wasserattacken ändern. Dass wir da auf jeden Fall einen starken Wasserangreifer haben. Aber unser erstes Tour-Talk auf jeden Fall nice. Denn Magnarien haben wir jetzt entwickelt mit zwei Unlichtattacken. Elektroball-Shiny haben wir entwickelt. Dann haben wir ein Iskala zu Cal Manero entwickelt. Wie gesagt, falls ihr nicht wisst, wie man die Iskala-Entwicklung ausführt. Da die dann ausgegraut ist, obwohl ihr die Bonbons habt, müsst ihr das Handy einfach auf den Kopf drehen. Und dann könnt ihr die Entwicklung starten. Wie gesagt, mit Psycho- und Normal-Attacke auch nicht so geil. Wie gesagt, Mauzi einfach, weil wir Bonbons hatten. Magnetoren brauchen wir unser anderes Lock-Modul, was wir nicht haben. Dann haben wir einen weiteren Gortrum-Dynamax-Variante. Pflanzen-Pokémon mit Kratzer-Strauchler werden wir die Sofort-Attacke auch in Pflanzen-Attacke ändern. Aber auf jeden Fall stabil. Ich finde den auf jeden Fall geil mit seiner Trommel da. Dann haben wir auch einen Volley in Zwolloc entwickelt. Volley ist ja jetzt auch in Dynamax-Bossen wieder am Start. Mit Kampf-Elektro-Kombination. Auf jeden Fall interessant, muss man sagen. Dann Skuntank entwickeln. Carpoera entwickelt. Noch ein Elektroball. Dann haben wir unser erstes Epitaph entwickelt. So, dass es ein neuer Pokédex-Eintrag ist mit Fußkick und Spuckball. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Rasapf ist sogar als reiner Kampftyp deutlich besser als Kampf-Geist-Kombination. Müssen wir auf jeden Fall schauen. Dann hier ist unser zweites Galopper mit Feuerwirbel, Feuer, Sturm ebenfalls. Deutlich höheren WP schon mal. Kann man auf jeden Fall noch wahrscheinlich bis 1500 noch hochpushen. Dann haben wir Gastrodon entwickelt von Shalellos. Vor allem Bodenattacken mäßig müsste es das beste Setup sein. So, dass wir das eventuell auch ein bisschen hochpushen können. Dafür fehlen uns aber noch die Bonbons. Und das waren dann auch die ganzen Entwicklungen für heute. Und dann schauen wir zum Ende natürlich noch in den Pokédex rein. Wie gesagt, ich scrolle einfach mal komplett durch. Und ihr könnt dann schreiben, welche Pokémon ihr habt. Welche euch interessieren und Co. Wir haben insgesamt 326 jetzt gefangen. Heute viele Einträge auch durch die Entwicklung natürlich bekommen. Und insgesamt 363 gesehen. Und dann scrollen wir einfach einmal durch. Und wie gesagt, ihr könnt das Video natürlich pausieren, wenn euch gewisse Pokémon interessieren. Und schreibt natürlich auch gerne rein, was ihr so am ersten Tag, sage ich mal, das Dual Destiny, Duales Schicksal Season, so alles gefangen habt. Beziehungsweise natürlich auch aus Eiern bekommen habt. Welche neuen Pokémon ihr dazu bekommen habt. Und natürlich generell, ob ihr Fian-Wade-Pässe habt. Damit ich euch mal zu Weights dann einladen kann. Und dann war es das auch schon für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Abo bei YouTube da, damit ihr keine Let's Play Pokémon Go Folge mehr verpasst. Lasst ein Like da und teilt das Video natürlich mit Pokémon Go Freunden von euch, damit mehr dazu kommen können. Jetzt blende ich euch hier noch die Pokémon Go Playlist ein, damit ihr alle anderen Pokémon Go Let's Play Folgen nochmal nachempfinden könnt und den Progress verstehen könnt. Und zum Schluss sage ich dann wieder, Welcome to the new age. Ciao. 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 Vielen Dank.